Wenn man Clip-In-Extensions trägt, kann man dann eigentlich auch schicke Flechtfrisuren tragen, wo man diese Clip-Dinger nicht sieht? Ja, kann man. Ich habe direkt mal welche vorbereitet und wollte euch die mal zeigen. Denn diese Frage habe ich mir auch immer gestellt, bevor ich mir welche gekauft habe. Und ja, das erleichtert einen doch ziemlich den Alltag. Vor allen Dingen, wenn man die so lang hat und die dann immer im Weg sind und man sie aber trotzdem gerne tragen möchte und sie dann gerne mal zusammentüdeln möchte. Man will ja auch mal schick aussehen. Ich meine, lange Haare sind sowieso schon immer schick. Aber manchmal möchte man ja einfach mal eine besondere Frisur tragen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Ideen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und vielleicht ist da ja was dabei, was euch gefällt. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020